Heute werden Kindheitsträume bei uns war. Wir spielen heute Verstecken in der Müllmarx-Filiale. Ich gehe mich jetzt verstecken, Laura sucht mich, schauen wir mal, wie es läuft. Drei, los! Oh mein Gott! Okay. Nein. She never gonna find me here, weil ich bin gerade gar nicht mehr. Ich bin irgendwo hinter den Kulissen. Das ist gar nicht mein Möbelhaus. Mal gucken. Es ist jetzt Minute eins in meiner Gefangenschaft hier. Meiner Meinung nach habe ich das allergeiligste Versteckte von mir. Ich habe sie bisher noch nicht aufmerksam beibekommen gesehen. Ich hole mir jetzt Material zum Lesen. Okay, das Buch ist nackt in den Ton. Musik Es ist immer. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Ja, find ich schon noch. Sabrina, I'm coming for you. 23 Jahre alt, was mach ich hier? Don't mess with me. Ich bin der beste Versteckenspieler aller Zeiten. Okay, ich glaube sie kommen. Ja, also ich finde die Savi jetzt irgendwie nicht. Keine Ahnung wo die ist. Die ist wahrscheinlich so ein gutes Versteck und ich hätte es einfach nicht gefunden. Ich werde jetzt aber trotzdem mal zu ihr hinschauen, weil ich habe gerade erfahren, wo sie ist. Und da geht mein Hallo. Alter, ernsthaft, dahinter ist was. Oh shit. Dahinter ist was, ich wusste nicht, wo sie ist.